Hallo, hier ist der Zweikampfsofa und wir spielen Rainbow Six Siege. Und wir sind nicht allein. Nein, ich bin auch da. Geil, wenn keiner was sagt. Okay, ja, aber der Erik und der Snorks und noch zwei Gäste, die wir nicht kennen. Der Giulione hat man schon in irgendeiner Folge mal dabei und der wurde immer rausgevotet. Ich weiß nicht, was der so macht, um ehrlich zu sein. Der hat Kaplan genommen. Das ist schon ein Grund genug, ihn rauszuschmeißen. Meinst du? Jetzt nehme ich mal Kaplan. Ha, kann ich auch. Das heißt übrigens Kap-Kann und nicht Kap-Klan. Nein, das ist Kap-Klan. Der Kap-Klan ist in der Kirche. Kap-Klan, für mich ist das Kap-Klan mit der Tachanka, weil das ist so ein kleiner, ganz so ein heiliger quasi. Achso. Der bringt sich alle... Red dich mal raus. Red dich mal raus. Ja, okay, ich will die raus. Aber jetzt habe ich doch nicht Kap-Kan genommen, ich habe Tachanka genommen, ich Idiot. Ich wollte es gerade anmerken, nur als ich auf die Übersicht blicke, denke ich... Hä? Scheiße. Okay, ähm... Profis an Werke. Ähm... Definitiv. Ja. Stehen ja alle im... Wieso habe ich jetzt auch auf einmal Käse... Nein, ich will das Stück nicht aufstellen. Ich wollte das Stück nicht aufstellen. Ich wollte die Tasche ablegen. Falscher Knopf. So. Warum gespreche ich so hoch? Man weiß es nicht. Ich hätte es jetzt... Warum fragst du das? Irgendwas, dass die heute Abend nicht bekommen. Oh. Wieso nur heute Abend? Die Geisel absichern. Feinde nähern sich. So, ich habe eine Tür zugemacht. Ich will jetzt einen Gummipunkt haben. Äh, Gummipunkt. Oh, kack. Belohnung, Belohnung, Gummipunkt. Oh, da ist noch eine Wand, ähm... Geh weg! Na? Ja, baue sie auf. Dankeschön. Möchtest du reinkommen hier? Nein, du hast recht. Was? Achso, ich war es gar nicht. Du, hat es gut. So, jetzt kann ich auch wunderbar jetzt die Geisel killen hier. Das ist hervorragend. Und jetzt sowieso, dass noch keiner die Geisel gekillt hat. Und wenn du das willst, mache ich das. Aber es geht nicht. Nee, lass mal lieber. Ist hier irgendwo ein Deckelloch oder sowas? Ne, ne? Ne. Ein Deckelloch? Deckelloch. Sind wir jetzt alle im Raum hier? Nein. Ja, ja, genau. Oh mein Gott. Mit der Trunker, der da hinten in der Ecke thront und ballert, bis der Arzt kommt. Der, der hilft, äh... Da kommt sie schon. Er ist ja weg. Alter, aber auch alle gleichzeitig hier. Die rennen alle vor meiner Nase rum. Ja, warum? Jetzt ist die andere Tür, wo sie weg sind, voll mit Leuten. Die sind doch doof. Da kann ich nicht hinschießen. Ja, mach ich. Aber das ist so der Klassiker. Oh, da wurden welche gekillt. Ich renne da hin. Jetzt sind sie da, wo du gerade warst. Ganz genau. So, nächste Runde. War zu einfach. Können wir noch irgendeine, die wir noch zubauen können? Ne, ne? Äh, ne, machen wir doch die Tür hier wieder zu. Machen wir beide wieder zu. Wohl, warte mal. Machen wir einfach die da vorne zu. Also, Juli ohne könnte ja noch mal eine Bombe an die Tür bauen, das hat er nicht gemacht, ne? Solange er nicht an unsere Tür hier baut. Ja, das macht er doch gerade, ja. Das geht aber richtig, doch. Ach. Plötzlich mit deinem Kopfkern hier vorne hinstellen müssen du. Äh, lass mich die Tür zu machen. Klack, 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 klack. Was hast du gesagt, wo soll ich mich hinstellen? Hier in der Ecke. Ja, jede. Die hier? Na, da, da wo ich markiert hab. Wo? Schießen wir noch? Gegenüber einfach, hier. Ach so, ja, ja. Verstanden. Die, die, die drei Fenster, beziehungsweise das eine Fenster um die zwei. Oh, ey, ich seh schon hier so Profis am Berg hier, ey. Immerhin mal. Oh, da kommt einer durch die Wand hier. Durch welche Wand? Ich bin noch nicht so weit. Ich seh keine Wand. Ich bin noch nicht so weit. Das Seil hängt noch. Oh, das zerreißt aber ganz gut, das Ding hier. Ist da auch jemand bei der Geilse? Ist zerreißt oder verreißt? Beides. Ich hoffe. Die Waffe zerreißt die Gegner und ich, äh, sie verreißt aber auch beim Schießen. Na, ist gut. Ja, ist gut. Die, die Leute, die die Kills haben wollen immer rumlaufen, sind immer auf der falschen Stelle. Ich lach mich tot. So. Na, jemand da? In Kanada? Drei verbleibende Gegner. Drei verbleibende Gegner. Drei verbleibende. Drei verbleibende. Drei, drei Leute kann man bestimmt noch näher... Ja, renn mir ruhig ins Schussfeld, du Biom, du, ja. Ja, ja, mach das schon. Ich brauch doch gar nicht schießen. Oh, jetzt kommt er hier wieder mit seinem... Dann wärst du mir jetzt noch gestorben. ... ... ... ... ... Habt ihr eigentlich gesehen, was für einen riesigen Fernseher wir hier haben? Nein, ich... Also hier im Raum? Nein. Ich hab mir die Fernseher nicht angeschaut. Ich hab vorher... Ach, deshalb hast du keine Kills. ... ... ... ... ... ... Hallo, jetzt machst du den Fernseher kaputt. Wir sind hier nur zur Miete. Hey! Das ist die Mietwohnung. Mein Gott, die Miete will ich nicht sehen hier. Mein Gott. Zehn Leute. Einmal so ein Apartment mieten und dann machst du den Fernseher kaputt. Was weißt du, was das kostet? Das ist halt doch keine Versicherung. Kann man auch gleich kaufen. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. So, und du? Ruhe vor den Pengen. Ja, ich... Hab ich überhaupt schon auf ihn geschossen? Ach ja, so zweimal oder so. Lalalala. Von da kommst du wieder? Glaub ich. Von da. Das ist eine ganz eindeutige Ansage. Ich weiß, worüber Eric geht. Die Gegner kommen von da. Wenn du unten auf die Karte guckst, markiere ich das auch. Wahnsinn. Nee, hat nicht funktioniert. Ja, da wollte der... Ich höre es rumpeln. Oh, oh. Das ist irgendwo bei dir, Snorx, oder? Ja, der Step-Sniper hat sich Freunde mitgebracht. Oh, von hinten kommt was. Das kann nicht... Muss nicht schlimm sein. Also... Ach, diese einstürzige Bemerkung. Hihi. Jetzt guck ich einmal weg. Ach, hast du ernsthaft gesagt Hihihi? Er läuft auch immer im Weg rum, der Typ. Aber mit der MG kann man auch Kopfschlüssel verteilen, das geht. Wer jetzt im Speziellen? Ich habe hier mehrere, die mir immer im Weg laufen. Gulli, Gulli, Gullione hier. Der Kapan. Kaplan. Jo. Der Kapan. Der Kapan. Jetzt macht deine Bombe an, das Ding. Ja, hervorragend. Hier, wir danken ihm. Aber er vergesst, die Tür zuzumachen, ne? Genau. Es zieht noch ein bisschen hier. Ich habe meinen Schal heute nicht an. Die Geisel absichern. Feinde nähern sich. Was... Diesen Raum hier verteid ich hier die ganze Zeit? Ja. Der hat doch gar keinen Fernseher. Der hat doch gar keinen Fernseher. Oh. Aber wir haben ein Bett hier irgendwo. Guck mal. Ja. Ja, dann lasse ich euch beiden den Tauben mal allein. Wir brauchen keinen Fernseher. Aber unsere eigenen Gedanken. Ja, aber das heißt ja auch, ihr nehmt das nicht aufs Video auf und dann... Na ja, Gott. Viel Spaß dabei. Oh Gott, sag'n. Ja, hier passiert nichts mehr, glaube ich. Hier passiert auch gar nichts. Der Snap-Snipe. Oh, ich höre einen Atmer. Ich höre einen Atmer. Echt? Und wenn ich ihn höre... Kommt er zu dir. Ich krieg ihn wieder nicht weg. Doch, ganz... Oh, ganz knapp. Ich habe mal 8 Leben. Eig rape treatments zurück. Mann, 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 Mann Mann. Drill. Blatt, Hedếu hat tapiert. Doch, ein Headshot verteilgt manchmal 35 Punkte. Normal 25. Ich habe 100 bekommen. ja 100 punkte 15 meter also keine gestorben ja ich sag nur acht leben er hat die letzte kill gemacht diese blöden explosionstypen ich fasse es nicht markt wenn das markt wenn das makellos war dann möchte ich uns nicht erleben wenn wir nein 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 aber es ist einfach hier der oberkiller der mediziner der arzt ja neun zehn kills hat der andere der der immer von der fliete vor lief ja aber ist trotzdem mit zehn kills nicht besser als der mit neun kills von den punkten der andere hat 100 punkte mehr oder 95 oder so dann sage ich mal tschüss bis zum nächsten mal leute